So, willkommen zurück zu Let's Play Lego Herr der Ringe. Haha, ich habe jetzt mal wieder die Komplettlösung weiter geguckt. Und, erstens, das Level mag mich jetzt irgendwie nicht. Erstens mal, ich müsste hier einen Gegenstand aufsammeln, damit ich diesen dann, mal zusammen, zeigt ich, damit ich diesen dann hier raufschlagen könnte. Dann würde ich einen Gegenstand bekommen. So, habe ich nicht mehr da, diesen Gegenstand. Außerdem, wenn ich hier raufgehe, einen kurzen Moment bitte, und hier herangehe, habe ich diese Kiste runtergeschoben. Steckt aber hier fest, wie so auch immer. Sorry. Deswegen muss ich jetzt gucken, ob ich dieses Level irgendwie neu machen kann. Und außerdem kann ich diese Spendernetze nicht kaputt machen. Egal mit welcher Waffe. Deswegen würde ich sagen, zurück nach Mittelerde. Level verlassen, ja. Und ich würde es dann wahrscheinlich so machen. Ich würde entweder, also ich mache jetzt das auf Schnalligkeit. Also ich würde es jetzt mit Speedrun machen und wahrscheinlich Musik drunter legen. Ich würde das Level nochmal machen. Dann habt ihr ein bisschen was zu gucken. Und wenn im Anschluss nach diesem Speedrun, wenn ich dann auch weiterkomme, und es ist noch in diesem Part, dann... Lass ich mich da umdrehen. Oh Gott, was muss ich denn jetzt alles neu machen? Ich hoffe nicht viel. Dann schreibe es in die Beschreibung, ins Video und als Anmerkung wahrscheinlich, ob es dann noch weitergeht. Und dann würde ich sagen, ab jetzt Speedrun. Machen wir noch diese Zwischensequenz. Und dann bin ich mal gespannt. Okay, dann viel Spaß. So, das wäre Nummer 1 gewesen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und da haben wir die zweite Rüstung. Sehr schön. So, dann stellen wir uns einmal hier hin. Und einmal hier hin. Wir haben es geschafft, Herr Frodo. Bis nach Mordor geschafft. Okay, also bei diesem Level war es ein bisschen blöd. Also zwei Bugs in einer Map ist es schon übel. Obwohl ich jetzt eigentlich überhaupt nie Bugs habe, finde ich das eigentlich schon gut, aber trotzdem, aber dieser Bug darf eigentlich nicht sein. 73% im vorherigen hätte ich 100% gemacht, aber egal. Da habe ich jetzt einfach das linke Gebiet, sage ich jetzt einfach mal einfach links liegen gelassen, weil es einfach bloß schnell das Level schaffen. Und weil ich jetzt nicht genau weiß, wie lange ich jetzt diesen Part schon habe mit dem Speedrun und so weiter, würde ich sagen, mache ich jetzt einfach einen kurzen Cut. Und auch wenn die Folge jetzt plus 5 Minuten ist, was ich ja nicht glaube, geht es dann weiter im nächsten Part. Und ja, bis dann, ciao.